So, Digga, wenn du noch nicht mal pur schreiben kannst, das P liegt auch nicht am B. Der denkt, das schreibt, also... Also, in meinen Kommentaren lache ich mich auch mal wieder tot im Bett. Ich möchte halt gerne in den Chat gucken, ohne jedes Mal kompletten Krampf zu kriegen. Ja? Darf der noch schreiben oder ist der raus? Mit Buren Gold. Digga. Aber auch so random. Spielt man Buren Gold? Ja, genau, da ist auch die neue SMG drin, ja? Weil die gibt es ja in Grau. Du musst das alleine schaffen, ich habe schon wieder nur eine Kack... Ich habe zwei Kackwaffen, Rekord. Ich bin auf der Suche nach der dritten Kackwaffe. Wenn du eine Kackwaffe hast, gibt es die mir bitte, ja? Ich hätte die neue SMG für dich. Ja, hast du noch was Beschisseneres irgendwie? Nee. Ich hätte gerne den alten Revolver, den ersten Revolver hätte ich gerne. Hast du den? In Grau, bitte. Der, der nicht trifft, ja? Ja. Bei dir noch einer? Nee, bei dir ist... War der tot? Ja, ich habe den direkt zwei Headshots gegeben und war down. Achso, wir spielen gerade Duo. Deswegen sind wir zwei. Was, wir spielen... Achso, hast du es auf Duo gestellt? Ja, natürlich. Wir kriegen doch nichts gewacken, Mann. So, hab ich gar nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass du nicht gemerkt hast. Pannen den bitte. Der Typ gehört gepannt. Der schaut wahrscheinlich nicht wieder in deinen Chat. Haben wir zu zweit schon mal ein Game gewonnen? Sei mal for real, Ernst. Ja. Zu zweit. Ja. Ohne Ammar, weil haben wir denn da ein Game gewonnen? Doch, du, erinnern wir doch mal auch mal gespielt, wo ich doch am Ende dann die Runde gewonnen, wo wir dann noch gewonnen haben. Ja, wo du die Runde am Ende gewonnen hast. Wir haben noch nie zusammen eine Runde gewonnen, noch nie. Auch hinter mir irgendwo ein Sniper. Ah, ich sehe den. Er will zu seinem Mate gehen. Sei mal, bitte. Sitz dahinter. Der holt wahrscheinlich gerade die Karte. Ich sehe ihn links. Der macht Jumps. Oh. Hä? Ist er tot? Hm. Komm schon, hol sie dir. Einmal. Einmal. Der ist, der ist wide. Hinter mir einer. Hab einen. Ich tanze. Wo? Das wisst du gar nicht. Der ist slow. Shield break. Down. Wir müssen direkt weiter. Nimm alles mit, ne? Go, go, go. Oh, die Zone ist übel weit. Wir müssen los. Ich glaube, ich muss nochmal zwischenlanden und das Medi-Pack nehmen. Ah, die sind das Schiff, die kann man direkt hinfliegen. Wieso weit, Digga? Die muss noch wieder hoch mit der Luft-Pack. Der ist über mir. Beide über mir. Ne. Der blockt mich einfach. Bist du noch safe? Nein. Ich muss, ich muss das Medi abbrechen, by the way. Ich muss nochmal kurz nehmen. Ich bin gleich da. Eine Sekunde. Jetzt. Ich muss mir halt sagen, wo die sind. Ich sehe die halt nicht. Direkt vor mir. Wir werden abgeschossen. Wieso bin ich one shot? What the fuck? Ich werde zum ersten Mal eine Falle. Und er weiß alles, was man machen muss. Das tolle Programm. Als hätte er ein Lösungsheft neben sich liegen. Oh, scheiße. Er weiß einfach alles. Das ist so krank. Das ist so krank. Auf seiner Karte. Oh, Bro. Ich wollte doch das gar nicht machen. Das ist so krank. Ich möchte dich nur reviven, Alter. Das wird schwer. Neun Spieler lieben noch. Ich möchte für die Leute, die denken, das ist nicht Arena. Das ist normales Public-Spielen. Ich leck dir gleich ein Dänksel. Ob das klappt? Ich müsste ja noch mal zu dem anderen zurücklaufen eigentlich. Hier hinten liegt noch ein Mini für dich. Ich kann dir gleich noch einen Mundi geben. Warte. Sauber. Was sind das für Sounds? Die nur noch. Wollen wir noch kurz den anderen looten? Den du? Ne, ne. Ich will nur noch Kisten. Die hole ich mir. Keine Shot. Das ist hart. Oh. Da oben sind welche? Können sie die ruhig? Der hat eine Heavy-Sniper. Pass auf. Nehm ich One-Shot von der Heavy-Sniper. Und du auch. Ich nicht. Oh, lol. Du laufen jetzt hin. Ich will hier nicht mehr sein. Wir müssen hier bleiben. Ah. Da sind sie. Keine Mets mehr. Hast du noch Mets? Äh. Nicht so viel. Aber ich kann ja hier noch ein bisschen geben. Warte. Oh ja, ne Shotgun. Warte ich noch ganz kurz die Dings hier. Die Kiste. Oh ne Tommy Gun, nice. Äh. Hier. Die wollen jetzt hier rein. Ich hör übelst viele Jump Hits. Warte, die sind hier unten. Hä? Was geht hier ab? Oh mein Gott. Ich bin 100 Shield Breaks gegeben. Ey wir haben Double Heavy-Sniper, man. Ich hab Low. Okay, dann soll ich die mal besuchen mit dem rechten. Der Elfer? Ja, aber geil. Ich bin gleich in die Zone, ne. Hab ich einen Jump Head? Hast du noch Rockets? Naja. Oder? Ist in mir drin? 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 Ja, ich hab Low. Warte mal. One Shot. One Shot. Boom. Das ist Public. Das ist Public. Sechs Kill. Völlig ungebürstet. Das ist Public. Millisekunden. Wie ein Counter-Strike. Um die Ecke. Bam. Tod. Weißt du? Ich hatte 175 Leben. 175. Keine One Shot Waffe mehr. Und ich bin trotzdem innerhalb von einer Sekunde weg. Der eine hier hab ich auch vorhin gesheet-braked, Alter. Aber warum schwitzen die alle so? What the fuck? Was soll das denn? Ich hab Instant Wand gebaut und um mich rumgezogen. So Instant One By One. Weißt du? Vorher schweig schon. Wollt ein Slurp, oder? Habt ihr das richtig gesehen? Ich bin, ähm... Concentrator, möchte mir nur die neue Waffe vorstellen. Spiel gegen die besten Spieler Europas. Der Struggle muss unnormal schwitzen. Das ist härter als 300 Punkte. Jetzt kommt der andere. Wo wo die? Der gibt dir ein Deagle-Hit, Junge. Weißt du warum? Weil das kann. Ja. Ah, ich dachte ich hab die Pump ausgewählt. Nein. Warum? Letztes 2 gegen 1. Kannst auch... Ich kanns nichts machen. 3 HP. Keine Heilung. Jetzt pass mal auf. Das war der falsch. Gutes Baumanöver. Ich probiere uns die Zone abkommt. Ich frage, ob die Pappen reicht. Ich frage, ob die Pappen reicht. Schön. Schön. Sauber. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Es kann nur ein Spieler den Top 428 Spieler Europas besiegen. Und das ist der Top 302 Spieler Europas. Aber ohne Top 500 Europas könnt ihr Public nicht mehr...